. 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 Jetzt ist es soweit, ich weiß, ich kann nichts verlieren, ich bin betrefft. Oi, da war es gelobt, Leute, hier mit Berges. Ihr habt es gesehen, wir waren gerade einkaufen, haben uns diese neuen Handschuhe gekauft für den harten Winter. Das Traurige ist, wir waren beim H&M, da war alles rausverkauft. Bei drei Stück. Bei drei Stück. Ja, jetzt müssen wir zum C&A. Die waren hier ein bisschen teurer, ein Paar 5 Euro. Oh mein Gott. A&M waren zwei Paare 8 Euro, aber schauen wir mal. Ich wollte zwei Kopfnummern und einen erst testen, der Geschäftsmann denkt weiter nach. Schauen wir mal. Bagesch ist gerade etwas aufgefallen, eine richtig linke Aktion von denen. Und zwar der Mittelfinger, man kann gar nicht mit dem Mittelfinger drehen, nur mit Zeigefinger, glaube ich. Und Daumen geht auch noch. Okay, das ist echt leidend. Ich bin bis jetzt zufrieden, ganz ehrlich. Er benutzt seinen 98% Kokowol. Oh mein Gott. Schauen wir mal, was geht ab, Mann. Was geht ab, Tati? Ich hasse ihn ein paar. Bist du fit? Oh mein Gott, wie hat sich die Handschuhe gekauft hat, Mann. Wofür brauchst Handschuhe, Mann? Oh mein Gott, wie hat sich die Handschuhe gekauft hat, Mann. Wofür brauchst Handschuhe, Mann? Schauen wir mal, das war so eine lange Nacht, Mann. Ich schwör, gestern war echt krass. Also, kurze Regeln, ja, es ist eine Scanner-Tour und keine Arena-Tour, ich sag's euch, gell? Ja, es ist okay. Er hat recht, das schaffen wir echt nicht. Weil schau mal, wenn du eine Arena gerade einnehmen willst, und es spawnt irgendwas, dann fahr ich los, Mann. Ist mir scheißegal. Von krass bestätigen, ich bin sogar nur hochgefahren. Wir sind am Hofgarten, ist wieder Trattini gespawnt. Okay, wartet ihr mit Hommi, aber ihr lasst mich schnell zum Auto laufen. Ich komm jetzt. Ey, ich laufe mich. Was soll? Ich finde, das Trattini ist nicht so toll. Kommt auf uns zu wenig mit mir. Das ist geil, Mann. Es wird wieder gelaufen für den Trattini. Dimi kommt gar nicht mehr hinterher. Aber ich hab, glaub ich, auch nur Funktion. Erstmal ein Carpenter. Ich hab, glaub ich, auch eine Nachtfunktion, aber die muss ich erst mal aktivieren. Noch weiter rein. Mein Gott, du musst ein Carpenter. Ja, ja. Pass auf, hier ist gut, dich, Jungs. Alex, gut drin. So weiter. Was sehen wir? Ey, bei mir ist Trattini schon gekommen. Echt? Schau das. Da, seht ihr's? Oh mein, ja, das ist Schreck, Mann. Da weint man noch, oder? Wie, habt ihr schon gefangen? Ja. Ne, ich hab's schon. Ja, dann bleibt es mal mit dem Auto drissen. Ja, okay. Ist gut, was? Hast du schon? Mir ist es geflüchtet, oder? Weil du's mit deinem Plus gefangen hast. Mach gang rein, mach gang rein. Oh mein Gott, Mann. Mann, ich muss auch mit, Trattini. Warum? Weil ich bin aus Versehen auf Holtini gegangen. Tattini, warte, ich muss mit. Ja, dann geh doch einfach. Muss ich jetzt auch mit, oder was? Nein, nein, ich brauche. Noch ein Trattini. Wir haben gerade eins gefangen und dann kommt noch eins. Was? Hofgarten zu krass. Hofgarten echt zu krass. Oh mein Gott, die mir endlich mal nützlich. Er hat bei Zeitings ein Garados gesehen. Richtig soft, richtig soft. Ein Garados. Ja. Gib mir ein Garados, Alter. Und er sagt doch so ganz normal so. Hey, Jungs, hier ist ein Garados. Geh zu vorn. Geh zu einfach so, so. Als er hätte so Taubesier oder so, weißt du. Hey, Jungs, hier ist ein Garados. Ja gut, wir haben eh schon alle Garados mehrmals gemacht. Digger, du bist so lustlos, Alter. Nein, aber... Action, man, action. Digger, ich hab noch keinen Garados mit Hydro-Pumpe, Mann. Ach so, ja gut. Ich auch nicht. Das fackt mich ernsthaft, Mann. Ich hab schon... Außerdem sind wir klasses Level. Vielleicht ist der Klass. Ja, Mann. Also wir sind klasses Level. Ja, sag ich ja. Du musst schon betonen, wer nicht... Ja, die Klassen halt. Ja, ich halte mal kurz, kannst du scannen. Habt sie schon. Nee. Nee, noch nicht. Hier muss es irgendwo sein, hier so. Irgendwo muss das sein. Oh mein Gott, das Paar, das hat sogar über 82%. Oh mein Gott, bei mir ist es, Mann. Das Paar hat über 200... Oh mein Gott, Garados, Mann. Echt jetzt? Hier so, rechts neben uns da. Oh mein Gott. 1600 Euro. Oh mein Gott, Garados. Oh mein Gott, wo ist das, Jungs? Bei mir ist es nicht. Das ist hier gleich. Oh mein Gott, da ist es. Oh mein Gott, 1500. 1600, Mann. Wartet mal kurz, ich fang noch das Paar, Mann. Oh mein Gott, verschwett doch nicht deine Zeit. Einfach fabelhaft. Das Paar hat gute IVs, Mann. Oh mein Gott, mit dem ersten Ball und einfach fabelhaft. Flipp halt aus. Ich schwöre, ich bin Ben da. Ich bin ja echt... Oh mein Gott, bis Hydro-Pumpe. Hat es gute Attacken? Ja, bis Hydro-Pumpe. Nein, nein, nein. Hat es gute Attacken? Nein, Mann. Oh mein Gott. Ja, aber es ist fertig schon, Mann. Scheißegal. Das ist drittbeste, Mann. Das ist endschlecht. Saftig, saftig. Egal, Mann. Bis Hydro-Pumpe. Action, Mann. Action für die Videos, Mann. Bis Hydro-Pumpe, Tati. Ja, scan weiter, Alter. Warte kurz. Oh mein Gott, es ist... Es ist abgehauen. Ah! Oh mein Gott, Tati. Es ist abgehauen. Hey, ist auch Namunitas. Oh mein Gott, ist jetzt Namunitas. Oh mein Gott, Gesteinsmedaille. Oh mein Gott, es ist abgehauen. Ach, es ist aufgenommen, Mann. Ja. Es ist abgehauen, Leute. Leide nicht, Tati. Ich leide ernst, gerade. Okay, meinst hat nur 792. 1650, Mann. Aber ich schicke sie weg. Ich glaube, ich behalte sie, Mann. Ich pushe auf 2.900 Postschrauben. Nein, das ist das dritte Schlechtste, Mann. Ja, Mann. Es hat immer mehr Dinge. Mit den Bonbons kannst du direkt ein anderes Gagadus machen, Mann. Aber echt, Mann. Echt jetzt. Lapras. Ich habe einen Lapras entdeckt. Noch 8 Minuten 43 Sekunden. Anscheinend brauchen wir 6 Minuten dahin. Ist machbar. Ich muss schauen, ob ich jetzt nach rechts oder nach links muss. Wenn Tati sich nicht verfährt. Ich muss nach links. Ich muss nach links. Wir waren an der Tanke. Die Jungs wollten pissen. Ich so, Lapras, Jungs. Los geht's. War ich richtig? War ich richtig? Mit voller Blasen zu Lapras. Egal. Lapras, Jungs. Ja. Ein bisschen weiter vor, wer dann denkt. Okay, ich muss erstmal... Ich muss erstmal wieder Sightings bekommen, Mann. Ja, ihr auch. Ich muss laden. Weil wir sind zu schnell. Ja. Wo ist es? Wo ist es, Alex? Bei mir ist es gar nicht auf dem Radar. Panthimos ist gekommen. Was? Bei mir ist Panthimos gekommen. Mein Gott, ladet du. Bei mir ist es auf dem Radar. Okay, ich habe es. Wo ist es denn? Ja, Mann. Genau da. Genau bei der Arena. Genau bei der Arena. Bei mir geht die App auch zu, Mann. Oh mein Gott, es hat nur 361. 1,6, Tati. Echt jetzt? Ja. Der 1,6 ist heftig. 1,6 ist heftig. Okay, jetzt ladet der wieder? Supersaftig, Jungs. Wo ist der? Wo ist der? Genau bei der Arena. Oh mein Gott, da ist er. I love you. Wie kommt der noch? Komm, jetzt ist es spannend. Er kommt schon. Viele Leiden, viele Freuden. Jungs, Schwarzschau, wie lange ist er noch da? Ah, da. Jetzt ist er da. Oh mein Gott. Sehr gut, Alex. Mein Gott, wieso ist er so weit weg? 1,1 hat er drin. Oh mein Gott, wieso ist er so weit weg? Aber echt? Ich wirb keinen Curveball, wirb normal, dann kommt ihr weiter. Nein, Curveball und Great, direkt. Erster Beruf, komm. Alter, wieso kommt er, wieso ist er bei mir so weit weg mit 361? Supersaftig, direkt weiter vor zum Sichtflug, Jungs. Brace, richtig schlechter, wie ist. Wurde zu attacken? Eisshot, Dragon Pulse. Okay, es ist bei mir geflohen. Echt jetzt? Ja. Oh mein Gott. Ich hab's gefangen. Perfekt. Ja, gut. Wieder auf der Jagd nach Dratini. Ja, Mann. Direkt hier neben dem Anton. Eigentlich würde ich lieber auf das Anton klicken. Ich hab's gemacht, Leute. Oh mein Gott. Wie leid da ist? 509. Ja, 509 ist gut. Kann man entwickeln. Das Anton ist scheiße. Wie fatt ist? Schlechteste Abys, man. Aber wie flatt der ist? Okay, Dratini jetzt aufsteht. Über 700. Okay. Dratini auch schlecht, eigentlich. Echt? Das Schlechteste. Habt ihr es? Weiter geht's? Nein, ich muss Pisten machen. Okay, Pisten. Ja. Ich scann wieder mal. Ja, scann mal eine Runde. Ja, bei mir ist es schon. Wir sind hier wegen einem Schilllock. Alex, ist es beim Stop? Äh, boah. Hab ich grad nicht geachtet. Ich hab einfach gegriffen. Was ist beim Stop? Mann, ich bin nicht mehr in der Nähe von einem Stop. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin ganz woanders. Alex, wo ist es? Da, auf der linken Seite. Oh mein Schatz. Ich bin auf der rechten Seite, aber. Nein, da so. Ja, wir sind aber... Aber mir zeigt doch noch nicht mal was an. Der lebt oder so. Ja, eben. Jetzt ist es da. Schau, Jungs, da ist es. Schaut es an. Soll ich doch ein Stück vorfahren? Ja, fahr mal ein bisschen. Ja, ich hab's. Okay, 493, das ist endschlecht. Ja, wir sind ganz okay. 575. Nicht perfekt. Ja, dann ist nichts zum entwickeln. 493 ist nichts, dann fängst du den besseren Schigi, Mann. Ja, und 575 hatte man Schigi. Ja, eben. Oh mein Gott, es hat sich befreit. So ein kleiner Judeas. Oh mein Gott, der hat gerade einen Lunger bekommen. Bitte. Nicht sehen, ja. Soll ich es behalten oder der wird sich wegschicken? Ich muss es mal behalten. Ich verstecke es gleich. Was soll ich damit? Ich will immer von jedem einen Hetzt-Up. Der ohne Investor ist okay. Ich fahr jetzt mal Richtung, wo du klatsch, einfach mal, oder? Bleib bis mal da hinten auf dem. Du sagst es gerne. Warte. Ein Lamos. Ein Lamos? Ja. Ich hab's noch nicht gefangen. Saftiges Fulcano hier. 1083. Oh mein Gott, für das Stry, das ist bestimmt endschlecht, oder? Der hat sich nicht mal gewehrt, Mann. Bitte, bitte, lieber Gott. Es ist das zweitbeste. Yes. Okay. Ich entwickle es. Dich auch nicht. Oh mein Gott, Schack. Leider nicht, Demi, leider nicht. Das hat dich noch befreit. Oh mein Gott, Mann. Super, sag dich. Erster Wurf. Das ist seine stärkste Eigenschaft. Ich bin genauso beeindruckt von seinem Verteidigungswert. Das gibt's nicht. Das ist ernst heftig. Oh mein Gott, Tati. Really strong. Sag mir sowas nicht. Best quality attack. Defense is great too. Es hat 80%. Es hat 80%. Es hat beide 50%. Yes, ich hab's. Die KP-Werte sind schlecht. Aber scheiß auf die KP-Werte, der ist nah. Oh mein Gott. Schau, Alter. Oh mein Gott, Alter. Extra dafür durch. Einmal Straße gefahren. Es hat sich gelohnt. Es hat sich echt gelohnt. Oh mein Gott. Wir hätten fast. Wieso muss es nicht noch ein bisschen ticken? Oh, der KP-Werte, scheißegal. Oh mein Gott. Oh yes, Alter. Lass uns die kassesten Attacken. Wo ist Lamos? Komm, ich will zum Lamos jetzt. Egal, 902 auch gut, Mann. Ja, dann rinnt dich alle schön. Du bist geboren, aber ich frage mich jetzt, Mann. Du bist geboren, Mann. Da hat die Russen drin geblieben. Aufwachen, Alldreckstraße nach Nordosten. Richtung Langelstraße starten. Der ist. Keine große Fortschule, der Tod. Okay, wir wollen 10 Minuten hin. Was, gehst du bei den Leuten los? Ah, ist das schlimm. Das ist nicht. Rass, das ist, wir wollen 15 Minuten. Das hat sich aber witzig. Ich meine, ob das nicht fliegen hat. Also gefangen noch nicht, aber es ist zerschieden. Und geflohen. Action! Wohin? Wo sind wir? Blau und rote Strathine. Ja, da müssen wir so rechts. In der Arena bin ich drin. Schau. Warte, warte. 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 Wie sind sie, warte. Die zweite, neben dem Goldini. Zwischen dem Sepa. Besonders買 ich mich those. Ich brauche nicht auf einmal alle Sachen oder was. Schade. Ist es weg von ihm? Nein. Schade. Das war's von uns wieder und unserer verrückten Jagd. Wir haben echt viele Trattinis gefangen, auch ein paar andere Sachen. Also ich habe jetzt nicht alles gefilmt. Das Highlight war natürlich Labras. Leider kein Gelachse oder Schlürr. Das brauchen ich und Tati noch. Das Highlight hier, glaube ich, ist dieses Vkano. Ist doch nicht so gut, wie wir im Video gedacht haben. Aber ich werde es jetzt trotzdem mal entwickeln für euch. Ist sogar mein erstes Arcani. Aber über 1000 WP ist schon klasse. Ansonsten schauen wir mal, was das... Die nächsten paar Tage so, was wir da so machen werden. Checkt unsere andere Videos ab, so wie immer. Schreibt auch in die Kommentare, wo wir als nächstes hingehen sollen. Macht ihr auch Scannertouren? Was habt ihr so alles für klasse Pokémon erwischt? Das ist mein Arcani und vergesst nicht, Pokémon is serious business.